Ich habe eine Idee, ich will jetzt Let's Playen und will, dass mein Hintergrund weg ist, weil das voll nervig ist. Ähm, jetzt ist die Idee, das hier ist der Blue Screen hier, ich will den ungefähr hier haben, ich habe aber kein, ähm, wie nennt man das, äh, so eine Stange dafür. Und jetzt ist die Idee, ich nehme mein Stativ und mache das ganz groß, ich weiß jetzt nicht, ob es klappt. Ich denke, dass das funktioniert. So müsste das sein, wie wichtig das hier war, habe ich noch ein Stativ? Mama, haben wir Panzertape oder so? Das nehme ich, Alter. Ich muss mich wieder improvisieren, ey. Das ist so schwer. Siehst du auch, was ich sehe? Der gute alte Kno. Digga. Hat das dann echt geklappt? Ah, hi. Das ist lächerlich. So. Wie viel hat das gekostet? So was nennt man 300 Euro Stativ, ne? Ich dachte, das funktioniert jetzt. So, boy, ich schiebe mich jetzt. Ich weiß gar nicht, was ihr habt, das ist doch easy peasy lemon squeezy oder was?